Ich wär gern Hostess geworden, hier in Hamburg, mein Senat. Denn bei uns, bis hier in Norden, gut versorgt, mein Vater ist dort. Doch brauchst doch Englisch und Latein, anders kommst doch meist nicht rein. So haben sie mir wenigstens gesorgt, auch für die Senatskanzlei. Heißt, etwas, das man nicht bloß in Ausrede war, mein ich. Ich mein, wo brauchst du als Hostess Latein für? Die paar Lateiner, die wohl schon morgen nach Hamburg kommen. Na, und Englisch? Doch, Chris, als Hamburger doch gehen noch von mit. Ob du nun Sit Downs hast oder Zeddy Biddy, das ist so schacke wie Bütz. Und Hotel Intercontinental, das sprech ich doch aus wie nix. Und Washington, boah, ist das vielleicht nicht okay, ausgesprochen? Oder Kennedybrücke oder City Nord. Ich mein, mehr Englisch kannst du von der Hostessgold verlangen, ne? Also ehrlich, ich versteh das nicht, warum das die mich nicht genommen haben. Dabei bin ich hier geboren. Na, und das ist doch auch schon was. Ich kenn die ganzen Senatoren. Uwe Seeler und Hein Gass. Und natürlich auch die Reberbahn. Und in Hoffen, jeden Korn. Aber reell. Nicht, dass ich mich an hochziehe. Oh, ist doch so. Ne hamburgische Hostess als wie mich, gibt das überhaupt nicht. Und ich find, das ist doch das, wo das auf ankommt. Dass sie einnehmen, die, wo hier zu Hause ist. Und die, wo bisschen was herzeigen mit dem Volkslore und so. Was hat einen denn von sein ganzes Englisch, wenn das ein Plantenombleum nicht richtig ausbringt? Oder nicht weiß, was mit und Lüt ist? Oder wie die Verlängerung von Hummel Hummel geht? Jetzt tun sie das doch aus. Und große Freiheit Nummer 7. Und Gelbe Haus am Pindersberg. Kenn ich doch eins aus dem FF. Und Hamburger Dom. Und Oberettenhaus. Dorf, die Zwache und unser. Weiß doch Bescheid, Königs. Da macht einem mir doch nichts vor. Da bin ich doch Prä, 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 also da bin ich doch prima geeignet für. Und überhaupt. Och, ich würd gerne Fremden zeigen, was in Hamburg sehenswert mit ihnen auf den Michel steigen. Und mit ihnen zu Ball verkehrt. Doch den Senat bin ich zu Kess. Ja, du wär ich wohl nie Hostess. Oh, und da komm ich einfach nicht über welchen. Englisch und Latein. Da back ich mir doch ein Ei auf. Als ob einen doch nicht andere Qualitäten für braucht. Und die hab ich. Doch bin ich mit meinen Lateinen noch lange nicht am Ende mit. Könnt ich noch stundenlang über erzählen, was ich von der Volkslore hier auf dem Kasten hab. Und wo liegt schon kein Sinn in, wo die mich doch nicht einstellen wollen. Ich bin eben zu Hamburgisch, haben sie gesagt. Na und, bin ich eben zu Hamburgisch. Frustiert mich überhaupt nicht. Wär ich eben nicht Hostess. Versuch ich das eben bei der Stadt Rundfurt. Ist auch was Reelles und kommt ein Fixbar rum. Och, und Uniform, Uniform krieg ich doch bestimmt auch. Weil ich es auch schon wichtig haben. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. Untertitelung. Bis zum nächsten Mal.